Ho 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 meine Lieben! Wie ihr seht bin ich heute ein bisschen anders gekleidet, bin ich schon ein bisschen festlich gekleidet. Ja und passend zu dieser Jahreszeit, jetzt wird jeder schon eher oder vielleicht wenn er später schaut, ja kurzfristig noch ein paar Weihnachtsgeschenke sucht, habe ich gedacht, gebe ich euch einfach ein paar Tipps, was mir persönlich aufgefallen ist, was man eben Buchnerds schenken kann, worüber sich wahrscheinlich jeder freuen würde. Und ja, starten wir einfach mal! Als allererstes ist mir aufgefallen, man könnte doch Special Editions oder Schuber oder irgendwelche speziellen Ausgaben verschenken. Für Fans von Vampire Academy würde sich natürlich dieses Jahr speziell diese 10-Jahres-Ausgabe eignen, weil sie ist erstens wunderschön und welcher Fan möchte nicht diese, ja, besondere Ausgabe in seinen Händen halten? Oder ich habe zum Beispiel von meinen Eltern letztes Jahr den Sherlock Holmes Schuber bekommen. Der schaut nicht nur wunderschön aus, sondern enthält wirklich alle Geschichten, auch die Kurzgeschichten und ist wirklich so hier gebunden ist, eigentlich wirklich toll zum Lesen. Für alle Märchenfans würde ich euch den Grimm Schuber empfehlen und sage jetzt zu diesem besonderen Schuber, der echt klasse ausschaut. Wer möchte so einen Schuber nicht in seinem Regal haben? Und zwar gibt es nämlich diese Ausgabe mit den Originalanmerkungen der Gebühr der Grimm und ich glaube, das sind auch noch Briefe, wie es so hin und her ging mit dem Verlag oder wie man das früher genannt hat. Und ja, mich persönlich würde es zumindest wirklich interessieren. Zweitens würde ich euch dann auch noch Fanartikel empfehlen, die ihr am besten auch Redbubble und Etsy findet. Also ich persönlich bin ein sehr großer Fan von Redbubble, weil da gibt es eben wirklich klasse Klamotten, tolle Poster und Wandbilder. Okay, es ist natürlich auch wirklich für ein größeres Budget geeignet, aber für die, die wo ein kleineres ausgeben wollen, gibt es wirklich süße Kleinigkeiten auf Etsy. Es gibt zum Beispiel kleine Schmuckstücke, kleine Anhänger. Es gibt da wirklich viel so kleines Klimpen und ja, man kann sich da wirklich tot suchen. Weil ich es gerade über Schmuck hatte, letztes Jahr habe ich zum Beispiel meiner besten Freundin, unserer gemeinsamen besten Freundin dann was geschenkt und das war ein Wunschknochen aus Daughter of Smoke and Bone. Also für alle Daughter of Smoke and Bone Fans, diese Wunschknochen sind einfach echt niedlich. Sie sind nicht allzu teuer, so zwischen 20 und 30 Euro. Es gibt auch noch billigere Varianten, ob es Gold, ob es Silber ist. Es gibt wirklich echt verschiedene und ja, ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ebenso in diesem Fanbereich fallen Funko Pops. Ich liebe, liebe, liebe Funko Pops. Sie kosten zwischen 20 und 30 Euro. Es gibt auch welche für 15 Euro. Es gibt Mini Funko Pops und es gibt so, so viele. Gebt es einfach auf Amazon ein. Gebt bitte dazu ein, um welche Serie, um welches Buch oder sonst sich was handelt. Auch Animes gibt es viele Funko Pops. Also wirklich, da bekommt man wirklich alles, was das Fanherz nur so begehrt. Für drittens darf es vielleicht sogar etwas Kleines Selbstgemachtes sein. Was wahnsinnig gut auch ankommt, sind Lesezeichen. Da gibt es so, so viele Do-It-Yourself-Videos auf YouTube. Also gebt es einfach ein und bastelt ein wirklich süßes, vielleicht auch personalisiertes Lesezeichen. Man kann Fotos von sich, wenn man es an Freunde und Familie verschenkt, mit drauf machen. Gemeinsame Fotos, meine ich. Und man kann sie so schön verziehen in den Lieblingsfarben. Und man hat einfach so viele Möglichkeiten. Und es kostet nicht viel, aber es kommt vom Herzen. Genauso wie man Wandbilder wirklich selber gestalten kann, gebt einfach auf Poster XXL, entwerft euren Liebsten was. Wirklich. Es gibt, ihr könnt wieder da Persönliches einfließen lassen. Oder sucht euch einfach auf Pinterest irgendwelche Anregungen, was ihr übrigens selber so zusammengestalten könnt. Dann fallen mir noch Handyhüllen ein. Es gibt wirklich im Internet so viele Seiten, wo ihr euch wirklich Handyhüllen selber gestalten könnt. Wieder hier eigene Motive benutzt, irgendwelche Buchzitate, irgendwelche Buchcover. Euch steht da wirklich alles offen. Dann zu meiner letzten Idee für Selbstgemachtes. Auf die bin ich nämlich wirklich stolz. Darüber würde ich mich nämlich auch wirklich freuen. Wenn ihr zum Beispiel ein Buch verschenken wollt und ihr wisst nicht, was der Beschenkte sich zur Zeit wünscht. Oder schon hat oder vielleicht Weihnachten doppelt und dreifach geschenkt bekommt. Macht doch wirklich einen selbstgemachten Gutschein, in den ihr reinschreibt. Ihr würdet einen Shoppingnachmittag mit ihm verbringen und er dürfte sich eben ein Buch aussuchen. Hey, ihr geht da nämlich zusammen Buch shoppen. Und das ist das, was wir doch wirklich, wirklich gerne machen. Wir haben dann jemanden zum Austauschen mit dabei. Und wenn dir derjenige auch noch ein Buch mitkauft, hey, hallo? Also, und ja, man muss nicht wirklich kreativ sein. Man muss nur diesen Gutschein selbst schön gestalten. Und noch ist kein Geld ausgegeben, wenn es der andere nicht in Anspruch nimmt, wobei er sehr dumm wäre, ja, selber schuld. Aber ansonsten, ihr habt eine sehr, sehr kreative Idee und dass ihr mit dieser Person Zeit in einem Bücherladen verbringen wollt. Für viertens habe ich mir Fulltextposter oder Buchtextposter, also unter diesen beiden Namen findet man das nämlich, ausgesucht. Und zwar sind das große Poster, auf denen teilweise ein ganzes Buch abgedruckt ist, in ganz Minischrift. Und daraus Lücken gelassen worden sind, wo dann eben, ja, diese Figur, um die es geht oder irgendwas, was mit dieser Geschichte zu tun hat, als weiß eben mit drinnen ist. Dann hat man hier eben ein wahnsinnig schönes Poster, das auch noch wirklich eine Bedeutung hat. Und ja, es ist einfach ein Buch als Poster. Hey, dann für fünftens habe ich auch noch eine klasse Idee, weil ich bin zum Beispiel im Moment so eine richtige Frostbeute, vor allem im Winter. Ja, es gibt nämlich Decken, die haben Ärmel. Also man kann sich in der Decke wirklich schön einmummeln. Das ist wie so ein XXL-Bademantel dann, der total flauschig ist. Und man kann lesen. Wen es dann auch noch an den Händen friert, schenkt einfach noch Bettler-Handschuhe mit dazu, wo nur die Fingerspitzen frei sind. Aber wirklich, ihr könnt euch einkuscheln und könnt trotzdem ganz gelassen ein Buch lesen, ohne dass ihr irgendwo euch 10.000 Ritzen frei machen müsst, um dann eben mit euren Händen rauszukommen. Und Ärmel an einer Decke, das ist so genial. Auf Platz 6 kommen bei mir die Coloring-Bücher. Es gibt hier zum Ausmalen, es gibt welche als Mandala-Formeln. Aber was ich jetzt wirklich allen Buchnerds empfehlen kann, gibt es einfach mal auf Amazon ein. Vielleicht gibt es zu eurer Lieblingsbuch-Serie ja auch ein Coloring-Book. Zum Beispiel für The Selection ist erst neulich eins erschienen. Ich weiß, es gibt welche für Throne of Glass. Für Red Queen erscheint auch bald was. Also es gibt wahrscheinlich bald für jede Buchreihe ein Coloring-Book. Und ja, wenn ihr dann auch noch eine Packung Buntstifte mit oben drauflegt, dann wird sich derjenige noch mehr freuen. Als Vorletztes ist mir noch eingefallene, wenn die beschenkte Person etwas mit Booktube zu tun hat und vielleicht noch nicht das ganz passende Equipment hat, dann schenkt doch Softboxen oder Mikrofone oder was weiß der Geier. Ja, irgendwas, was derjenige noch gebrauchen kann, um seine Filme noch besser zu machen, um auf Booktube noch weiter zu kommen. Als Allerletztes, was mir noch eingefallen ist, sind solche Boxen, wie ich euch schon mal gezeigt habe, so Old Crate-Boxen. Oder es kann auch von Fairyloot oder Supercraft oder was auch immer. Es gibt ja 20.000 verschiedene solche Boxen, die man monatlich erwerben kann. Da müsstet ihr vielleicht eher dran sein, um noch sowas zu bekommen oder ihr bestellt euch einfach die letzte. Es sind auf jeden Fall immer Bücher drin. Es können Funko-Pops drin sein, es kann wieder Schmuck mit drin sein. Da kann so viele kleine Booktube-Sachen drin sein. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, weil ihr habt für einen, ja, Okay-Preis echt viele Sachen drin, viele Kleinigkeiten. Und die sind ja auch nochmal sowieso von der Box her schon sowieso alle verpackt. Also ihr braucht euch keine Gedanken mit der Verpackung machen. Und wenn ihr ältere Boxen nehmt, dann wisst ihr schon, was drinnen ist und ihr wisst, ob es der beschenkten Person gefallen würde. So, das war es dann eigentlich schon mit meinen Empfehlungen, was ihr euch wünschen könnt oder was ihr verschenken könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hilft vielleicht sogar den einen oder anderen. Schreibt mir doch in den Kommentaren, ob euch vielleicht noch was anderes mit einfällt. Mich würde es nämlich auch wirklich interessieren. Und ja, ich hoffe, euch macht das Shoppen auch Spaß von diesen Geschenken und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Und ja, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und ja, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und ja, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.